Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online hier bei Nothing but a getting PC Batteries sold separately Ixudas reloaded on YouTube PC Version Geile Sache ey Da möchte ich auf jeden Fall mehr von sehen Mit dabei der Turbinator, der Bronze wird und der BAM auf UUU YAAAAAAA Dollar 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 Nothing but a getting PC Das ist schön Nothing but a getting PC Ich bin heute auf indisch Getting alter Nothing but a getting Die Musik alter Das kann ich voll reing gerade ey Ja Leute auf jeden Fall auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge GT GT Nämlich weil es Titten heißt Wir können auch gar kein anderes Hallo Joel Ragnar Tobi hat richtig geile Wupen alter Hallo Joel Ragnar Der Bronze ist einfach aus, ihr guckt doch mal den Bronze an Richtig aus wie so ein Raver aus den 90er alter Ja Die beiden O-Ringe so weiß Am besten ist wirklich von allen gekleidet ist am besten ist Curry Allah Ja geil ey Mit der Heidel am Kopf ey alles gut Jo guck mal hier ey Entity Leute Raub auf die Bilder alle Ich hab keine Ahnung was das für ein Rennen ist Das rennert der Curry wieder aus Ja ich hab auch keine Ahnung was für ein Rennen ist Ich hab nur gesehen das Bild das es Looping hat Natürlich kenn ich das nicht Ab geht Er macht wieder den extra Start weißt du Alles klar Curry Er spielt doch mit Controller oder was Oh Ey hier wird gerammt Alter das ist doch unfair Oh da sagen sie Puppe auch Oh Pan Mafuyu Nein ich bin hier nicht durchgefahren Wer ist erster man Guck mal Rampe da Mafuyu Wer ist erster Boah guck mal da ey Alter was ist das Rampe Mafuyu Ab durch Looping Ab durch Looping Natürlich war das mit der Beleidigung nicht ernst gemeint Boah nein Oh keine Ahnung Boah Der wollte mich runterkriegen der Wichser Lachen wir doch nicht Ich hab exakt Alter du bist tolle Pulli in die Wand gefahren Ich bin da nicht mal rein gekommen Wie viel Platz ist TF3000 Wer ist hinter mir ey Wir haben benutzen scheiß Windschatten da ey Guck mal hier Boah der Mafuyu ist da vorne Ja klar man Schlaf wir sind so langweilig Stopp Ja weil du letzter bist du low Sehr gemein ey Brauchen sie aber erstmal Sightseeing Boah jetzt geht Looping rein da Geil Wie geht das ich weiß es nicht Tobi Einfach geradeaus Ich hab's geschafft Halt da was war das denn da Kamen hat einer da durchgefahren Ich bin tot Ich bin erster Scheiße Ich bin erster Also komm bitte Ich hab den Looping nicht gepackt Küt von alleine sagt sie Et Küt Komm bitte ich kann einmal in meinem Leben beim Rennen erster sein Ja 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 Ich bin erster Du hast geschafft Das war mal ein Low Rennen alter Oh man Du hast geschafft Obwohl es ging ja da schön ein Looping drin das kann ja jeder ne Das ist ja nicht so schwierig da müssen wir noch ein Renten hinterher schieben Das stimmt Ja slappe Bike müssen wir hinterher schieben Nein Nein Jo Alter gibt's das Beobachte mal Tobi eben Jo Mann nicht ey Nein Wo ist der Tobi Da ist der Tobi Da ist er Hä Was ist jetzt los Tobi Oh das war ich Ich hab kein Rennen mehr gefahren ey Ich hab das trotz Lenkrad Looping Looping Ja 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 Ich gebe alles Ja Ja Eine Sekunde Ich hab's nicht Ich hab's nicht ja Oh Ich schaff's allein nicht Der arme Bernd alter Nicht zu Aber Wer ist erster geworden Wer ist erster geworden Tobi Ja Mann Guck an jetzt wie er das steht Guck ihn dir an Guck ihn dir an Na Die heidel trau lässt grüßen Bitches Hässlicher Anzug Und ich hab selber Mir selber Wetten gegeben Alter Ich hab auch noch 4.000 drauf gekriegt Aber man muss auch mal sich selber an sich glauben Das ist wierlich alter Man muss ja auch selber an sich glauben Tobi schmeckt der ey Was ist der denn da schon wieder Hm Nö Wann isst du da Tobi Alter Oh Wann machen wir jetzt Wieder freien Modus Freien Modus Freien Modus Okay mach den anderen Nein freien Modus Okay Ich hab noch was geiles am Start ey Ich weiß noch Keiner will deinen Hoden Curry in der letzten Episode da ne Team gebildet haben Oh Sumo ey In Sumo So hieß dat Sumo war geil ey Das hat Spaß gemacht So was braucht man immer So schnelle Runden die halt echt Bock machen weißt du Ja so Pam Pam einfach weißt du Ja so Klatsch klatsch Könnt ihr bitte drücken Ich hab gedrückt Ist schon ready da Es geht schon weiter Ah Ich bin ja enttäuscht vom Tobi muss ich ganz ehrlich sagen ne Was warum Dass du kein Better Call Saul guckst Ja ich guck's doch aber ich muss ja erstmal Junge der im Rollstuhl man Ding 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 Scheiße ey der im Rollstuhl Der läuft in Better Call Saul ne Der läuft da rum Ja der aber Breaking Bad auch in der Einszene gar Was 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 hat der grad gesagt Der Sohn alter Was hast du grad gesagt Ben Ich dachte du meinst Dad Mal Du bist tot Du bist tot Du bist tot Du bist tot Was geht ey Für Tobi ist in der Hölle schon Platz reserviert Alter ohne Witz Oh macht nix Oh wie sieht das aus hast du da Ich hab euch eingeladen Nimm mal an da Titan Death Run Titan Death Run Nimm mal Und nicht Titan oder Nicht Titan Hä Bin ich jetzt da hin Ja Nein Du musst annehmen Oh hat mich irgendein anderer grad noch eingeladen Ich bin direkt reingegangen Und der Curry ist die letzte Zeit am quietschen das ist ja unfassbar Ja dann geht er raus Ben und kommt bei uns rein Hallo Also grad in dem Moment wo ich annimm kommt noch ne zweite Einladung ey Ja Leute Nur Probleme mit den Kindern hier Verzögerung Ah jetzt kommt da Jetzt kick Er kick Er kick Er kick Da ist er doch Tritt bei Jo Ronzebier Alter die Musik sag mal ruhig Das ist mal die Musik wenn der Curry duschen geht Alter Was genau muss ich jetzt hier machen Lies doch vor Tobi Dann macht er den Helikopter Runners are making their way to the tank Get as half to shop them and they're trapped on their way to stop them chick Ouch Das ist nicht einfach und Utup Kennst du die Leute die immer Youtube anders aussprechen Tobi? Utup? Ja ja Ich kenne auch Leute die gerne auf askfm rummachen Rummachen oder? Ich bin mit einem zu zweit im Team Was ist das denn? Oder soll das so? Jo wir rennen Alter Ja ey man Machmaumaum Tobi du hast über dir über uns Das sind so Curry lass mal Allianz bilden Das sind so Autos Alter was hier denn los? Ey ich hab ein Messer nur Du kannst auf Fahrzeug Was muss ich jetzt hier machen? Alter was ist jetzt los hier schon wieder Über uns sind so Flugzeuge und Sachen Da musst du drauf ballern wenn wir dahin laufen Also du musst praktisch uns den Weg zum Ziel verhindern Und wir laufen auf so ein Parcours Achso Okay Ganz ruhig Ach du Scheiße Was? Tobi hat uns drei gekillt Echt? Wie hab ich das gemacht? 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 Eige Person aus Zufall Wir sind weggeflogen 3-0 Wie sind denn dein Flugzeug? Und dann kann die Sack da so Oh oh Alter holt er uns alle drei weg Wie ging das denn? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe Der Flugzeug ist explodiert, ey Du hast das Flugzeug halt weggebewegt Und das hat uns dann halt explodiert Okay, man, jetzt müssen wir das Flugzeug killen Das ist geil, ey Apropos Flugzeug, ich kann euch echt nur das Technikmuseum Speyer mal empfehlen, wegen Flugzeug Das Technikmuseum in Dings ist auch geil in Hoffenheim, in der Nähe Sinsheim, meinst du? Ja, das ist, das stammt auch von denen, genau Und da ist es so, dass ihr da auch in der 747 reingehen könnt die auf 20 Meter Höhe ist Habt ihr Tobi geholt, Alter Okay, die beiden noch Konzentrationsjungs Oh, drei Leute noch Alter, was ist da denn los, Mann Der Titan hängt auf halb 5, guck mal Hä, müssen die da drüber rennen? Ja, doch Können wir den Titan runterschießen? Ja klar Ich glaube jetzt nicht mehr Ja, die müssen echt über den Flügel rennen, Alter Einer ist schon drüben Komm Da oben ist einer, da oben ist einer Mach flott Scheiße, Mann Alter, wer ballert denn da schon da vorne? Was macht denn Basti da? Da ist doch noch niemand Ja, die übertreiben mal wieder die Leute Hey, wie sollen die denn da jetzt rüberkommen? Ja, einer ist runtergefallen Beide sind runtergefallen Beide sind runtergefallen Aber einer ist doch Einer ist doch da Okay, einer habe ich einmal getroffen So, hier kann man ja rumgehen Nein Achso, ich wäre bei einer runtergefallen Ach, scheiße Wo sind die Curry? Da hinten, da hinten Mit dem Flügel hängen Alter, der geht hier drüber, guck mal Ich glaube, der soll über den Titan, oder? Der ist jetzt durch, der ist jetzt durch Hey, wie hat der das denn gemacht? Oh, nice, nice Hast du den? Der down? Nee, noch nicht Jetzt aber Ja, Mann Fällt der runter? Ja, Mann Tschüss, Dennis Ich mach auch mit, ui Aber könnte man jetzt theoretisch gesehen Auch die Charaktere an sich abschießen? Ja, aber nur wenn man die sieht kurz Ja, kann man ja Du siehst hier mal nur ganz kurz Okay Tobi, so ein Lacker, Alter Das ist unfassbar Jetzt passt auf das Flugzeug auf Der holt direkt drei mit, Mann Passt auf das Flugzeug auf Sonst ist hier Alarm im Darm Da ist statt Äh? Kalf? Oh, dort Okay, Mann Jetzt, jetzt geht's los Der TF3000 ist bestimmt so ein Holzkopf Und macht einen Fehler zweimal Wie viele Runden gibt's hier? Nee, Quatsch Ich weiß es nicht Drei Also das Team, was mit drei Runden gewonnen hat, hat gewonnen Achso, okay Okay Okay, 1-1 steht jetzt jetzt, ne? Nee, 1-1 steht Mach dir mal, mach dir mal Okay, warte, lass ihn mal laufen da Gehen jetzt eh wieder alle drauf da vorne Also ich würde da lieber rausgehen aus diesem Teil, ne? Na komm, mach Wollst du nimm deinen Kopf weg? Man sieht nur sein Tschüss Basti, mach's gut Oh Der Flugzeug ist nicht explodiert Das ist nicht gut Hä, was macht du's denn? Hä? Was macht der denn? Ich bin halt mal runtergesprungen Ja, geil Hä? Okay, willst du was? Ich hab nur einmal die Leertaste gedrückt, auf einmal springen Ja! Gut, können wir dann einfach runter? Ja Wollen wir einen Anlauf? Nein Ja, der Mode ist nix für mich, ja Ich weiß auch noch Okay, schön Okay, geil Doch, ich find, ich find Deathrun so geil Boah, Alter! Sorry, McCurry Okay, ab über den Flügel Scheiße Ah! Nein, was war's denn? Der hängt im Triebwerk Warte, ne, ne Tschüss, McCurry Hey, McCurry, was machst du denn da? Hä, ich bin runtergefallen Du hängst da, du zappelst bei mir die ganze Zeit an der Stelle da rum Ich bin runtergefallen Komm, Dennis Lauf Schaff's, McCurry, Mann Oh, geil Basti fliegt auch runter Jetzt über die Rampe Warte, warte, Geduld, Geduld Geduld Ich hab noch genug Zeit Ja Alle tot, ne, von uns Kannst du es schaffen Ja, nur noch du Mich kriegt er nicht! Sauber Jetzt lauf, lauf, lauf Ja, Mann Boah, geil Kletter da nicht hoch Ah, du musst da hoch, oder? Ne, musst du gar nicht Nice Nice Ich glaube, jetzt musst du da hochklettern Moment Ah, genau Mofuuu Jetzt ist die Adeltraubmaske auf Da, 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 da Gucken wir jetzt an, vorbei Da, 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 da Jo, schiebs Lauf dich ein bisschen gegen das Auto Scheiße Unter mit dir! Es geht! Jo, nein! Lauf, lauf, lauf! Die sehen dich! Oh ne, sehen die gar nicht, sehen die gar nicht. Hä, was machen die denn? Hä, wie komm ich jetzt da rüber? Der Titan ist weg! Ja, wow, wie scheiße ist das denn, Alter? Hä? Hä, wie dumm ist das denn? Aua! Der Titan fällt da runter. Warte mal, es muss eine alternative Möglichkeit geben. Fliegen! Nee, irgendwie nicht. Hä, wer baut denn so eine Kack-Map? Hä? Dobi, kannst du mal einmal die Sachen oben runterschießen? Äh, ja, warte. Den LKW, einfach den LKW. Du hast wirklich so gedacht, dass du übern Titan rennen musst, aber irgendwie, dass der halt runterfällt, ist halt behindert, ne? Ja, was soll ich denn jetzt da machen? Äh, ich glaube, wir sollten... Ich glaube, vorne an der Ecke ist eine Treppe, glaube ich. Vorne an der Ecke? Ja. Ja. Ja, kein Weg mehr. Ja, vorne an der Ecke, wo der Titan war vorher. Da ist irgendwie so eine Rampe. Ja, aber du kannst nichts machen. Ja. Hast du eine Rampe? Ja. Wo ist eine Rampe? Der verarscht mich doch. Also, ich verarschte, hab ich mir schon gedacht. Ja. Warte mal, warte mal rein. So leicht, so leicht gebe ich ihn dir auch. Moment. Kannst du nichts machen, Dennis? Guck mich noch mal um, warte. Wenn ist der Panzer, ey? Da muss man hin. Ja, das ist doch scheiße, wenn du das dann so konzipiert hast. Ey, das ist ja richtig dumm. Was soll ich denn? Ja, das ist ja kacke. Da kannst du einfach den Titan kaputt schießen. Er ist ja richtig behindert. Junge, du hast mich echt in der Luft noch getötet, Alter. Du bist doch echt der Prinz von Zambumba, Alter. Zambumba, ey. Ich komm grad aus dem Knast. Gibt's doch gar nicht, ey. Okay, diesen Deathrun können wir schon mal abhaken. Das war scheiße dann. Das ist doof. Mann, ey. Hä? 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 Da hab ich noch mal Sumo spielen können, ne? Ja, siehste. Hä? Ja, ist echt so, ey. Habe mir Freude auf. Wir sind die ganze Zeit im Ladebildschirm. Ja, bei mir auch. Wird heruntergeladen. Tobi hat alles kaputt gemacht. Tobi. Es ist so wunderwunderschön. Ja, ja, so wunderwunderschön. Es ist einfach hammer, hammer schön. Oh, diese Wolken, ne? Da muss ich immer an die ersten GTA Online Stunden denken damals. Auf der 360, Alter. Hör mir auf, Alter. Na, hat's immer 300 Jahre gebraucht. Die ersten fünf Folgen von mir waren die besten. Die ersten fünf? Warum? Da, wo ich gar nicht dabei war. Achso. So. Meine, ey. Weil ich das erste Scheiß-Tutorial nicht spielen konnte, ey. Hey. Hey, Tobi. Der macht das einfach schon wieder. Ich bin soweit vorgelaufen, Mann. Oh, mein riesiger TF, Alter. Ganz ehrlich. Der andere töten ist einfacher, weißt du? So, guck mal. Da fährt er jetzt noch nicht runter. Aber der brennt schon. Boah. Ja, Mann. Jo, jetzt ist es down. Und jetzt? Ja, gut. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen beeilen, bevor man die Titans runtergeschossen hat, ne? Ja, das stimmt. Guck mal, wie der Elke wieder hängt. Hä? Ja, wer befestigt den auch auf einer Bank, Alter. Wie dumm ist das denn? Wie soll man den denn da runterkriegen? Ja, toll, Leck. Ja, okay. Wir haben gewonnen. Jo, geil. Tschüss. Ja, das ist ja low. Ja, 2-2 steht's jetzt, ne? Jetzt müssen wir halt noch gewinnen. Oder verlieren. Okay. Können ja mal versuchen, nochmal durchzurennen, Curry. Das ist der Plan. Ja, wir müssen, glaub ich, wirklich schnell machen. Das ist der Plan. Lass mal wirklich jetzt einfach durchstürmen. Okay, Curry. Aber wir müssen warten, bis das Flugzeug kaputt ist. Ja, und zur Entschuldigung gibt's danach noch ne Runde Sumo. Ja, Mann. Das ist, das ist geil. Geil, oder? Das ist mal ein Wort, ey. Tobi, was sagst du dazu? Das ist der Hammer, Mann. Sumo 5 nochmal und dann alle mit dem kleinen Flitzer da, Alter. Das will ich, das will ich haben. Aber Sumo 2 wäre auch mal entspannt, ne? Ja, aber Sumo 5 auf den Containern. Ja, Sumo 2, Sumo 2 ist scheiße, Ben. Glaub mal. Ist auch Sumo 6? Okay, go. Na klar. Go, go, go. Ab geht die Fahrt. Aua! Jawoll. Renn, 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 renn. Nein, der Teil ist schon weg. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, geil. Das ist für ne Scheiße, Mann. Ich bin so voll im Elan in den Tod gerannt. Warte mal, das kann's ja nicht sein. Tschüss, Ben. Ah, scheiße. Das kann's nicht sein. Es muss irgendeinen Trick geben. Kann doch nicht sein. So schnell kann man ja jetzt auch nicht da durchlaufen. Kann man wieder zurückgehen? Man kann auch nicht zurückgehen. Ja, das ist echt dumm. Weißt du, wenn ich das wissen und die schießen direkt schon auf den Titan. Toll. Das ist aber auch scheiße von der Karte her konzentrieren. Ja, das ist richtig dumm. Kann man von da oben nicht direkt in den Ziel springen? Kann man nicht direkt, ne? Ne. Na gut. Map ist ja voll low. Ja, ist ja richtig low, Alter. Da müssen wir eigentlich noch mal den Sumo 5 auspacken, glaube ich, ne? Ja, natürlich. Müssen wir jetzt. Mit Punty, ne? Mit Punty, das will ich hören. Hey, warum haben die jetzt noch nicht gewonnen? Sumo 5.000. Nochmal, oder was? Ja, lass uns einfach direkt den Titan runterballern. Okay. So. Okay. Hä? Habt ihr gehört? Kleine Bronze ist am Start, oder was? War das der Bronze? Ja. Okay, Mann. Ab geht's. Au. Titan runterballern. Weil der See immer seinen Soundbond hatte, Alter. Boah, das hab ich mir grad... Gestern hab ich mir das angeguckt, weil ich mir ne Platte aufgeräumt hab. Are you friendly? Oder sowas. Wo er dann immer den doppelten Sound gemacht hat. Ja, genau. Oder so ganz tief auf einmal. Ja, das war doch geil, ne? Was los mit dem Junge? Ja, klar, da hängt der Titan fest. Ja, der hängt natürlich jetzt noch, ne? Tobi schon wieder tot. Ey, bist du doof, Tobi, Alter? Ich laufe immer zu schnell vor. Ah, was macht er denn, Alter? Das ist doof, Alter. Der lebt ja noch. Der macht das jetzt, Alter. Sauber. Ey, der Titan ist immer noch drauf. Hat gewonnen. Ach du Scheiße. Das ist doch nicht sein Ernst. Ach. Du Scheiße. Ja, aber der andere Titan bleibt jetzt da. Ey, Tobi, was hast du denn gemacht? Was denn? Warum hast du dein Team? Du hast den Muffloch platt gemacht. Hä? Du bist doch tot. Hä? Ja, Chloe, alles klar. Ich hab gar nicht immer wieder gemacht. Der rennt rüber. Ich fahr mit deinem Ernst. Das ist doch echt ein Witz. Leck doch die Söck. Skandal, Alter. Skandal um Rosi. Ab geht's. Jo, der ist runtergefallen. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Komm, Titan, flieg in die Luft. Ja, Mann. Nein. Ah, Kacke. Und? Wo ist der? Ja. Ja. Tschüss, Ben. Ciao. Komm. Ah, okay, ich hab die Füße gesehen. Der ist da oben auf der Rampe, Curry. Ab ihn einmal. Nice. Das ist der Smiley wieder. Komm schon. Der lebt noch, der lebt noch. Der lebt immer noch. Das gibt es doch nicht. Warte noch nicht die Trucks runterschießen. Und? Scheiße, ey. Der Smiley ist auch scheiße. 258, ey. Okay, warte, warte, warte. Kann man so viel GTA spielen, ey. Komm schon. Ja, wartet. Jetzt geht er. Ah, der ist getäuscht. Ah, der ist runtergefallen. Der ist ab? Der ist unten. Jo. Okay. Bitte lass es vorbei sein. Nein, nein. Oh. Wir müssen jetzt auch noch rennen. Komm, wir packen das jetzt, Mann. Wir rennen jetzt da durch. Das ist Final Round, oder? Bei uns ist immer so ein Titan fällt runter, weißt du? Ja, das ist voll unfair. Ich wüsste schon, wie wir das machen müssen. 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 Ich habe keinen Bock mehr jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Jungs, hört mal auf den Titan abzuknallen. Haben wir das gehört? Ja, hat man. Okay. Jetzt macht Tobi der, er ist recht der Pisser. Na, ist ne. Ich hab doch noch gar nicht gemacht bis jetzt, glaube ich. Okay, Mann. Wir stürmen jetzt. Wir können jetzt das Ding. Lass mal durchstürmen jetzt. Stürmen. Komm, go, 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 go. Okay, ich stürme doch nicht. Der fällt schon wieder, ne. Aber er hängt noch, er hängt noch, der Titan. Flugzeug kommt. Er ist noch da. Ja, weiter, 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 komm. Boah, Ben. Go, go, go. Lauf. Nice, Ben, nice. Warte, warte kurz. Aha, der Muff-Laut schießt die ganze Zeit auf den, auf den Titan hier, oder? Echt, oder? Nein! Der fällt, der fällt! Nein! Wer fällt, was? Ich wollte gerade über den Titan rennen, da ist der runtergefallen. Tobi! Sorry. Wie geil das, wie geil das aussah, wie das so runtergetippt ist einfach. Alter, ich häng. Ben, du musst ohne mich gehen. Okay, ich versuch's, Mann. Ben, Bronzebeer, du explodierst gleich. Ich schaff's allein nicht. Warte, ich komm. Ich kann da jetzt nicht rübergehen. Ich leb noch, ich leb noch, Ben. Ich leb noch. Ach, das geht, Mann. Der brennt, Ben, du musst dich beeilen, Ben. Nein, du musst dich beeilen. Nein! Nein! Oh, zum Kotzen, Alter. Ich bin auch in den Tor gesprungen. Oh mein Gott. Der brennt. Wie viel haben die denn da rausgehauen? Ich fass es nicht, ey. Jawoll, wir haben verloren. Geil. Mann, yo, Tobi hat gewonnen, oder was? Da spiel ich lieber ne Runde Sumo, ne? Ja, ich auch. 17.000. Aber nur Sumo 5. 17.000, sonst nicht. 17.000, Manni. Ja, ich glaub 16.000 krieg's, ist ja gar nicht so weg. Das sieht echt aus wie ein Manns-Vibe, Alter. Ja, ist echt so, ich weiß auch nie, was das immer ist, ey. Der gewaltigt hoch 80, ey. Gefällt gut. Alles klar. Dann bestätigt mal alle kurz. Ja, und mach direkt Sumo. Mach direkt Sumo rein. Ja, wir müssen immer in den freien Modus gehen. Ja, ja, aber direkt Sumo rein. Was ist denn los mit dem, Alter? Der ist ja schon wieder voll, ey. Hä? Motzii! 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 Komm, Leute, komm, ey! Ja, Freimod. Alle auf Freien, Alter! Freien! Alle Freien! Tobi, 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 Tobi! Hab schon. Wer fehlt da Curry? Ja, ich hab schon. Hä? Wir sind freiheitsklasse Spengermann, Mann. Was? Go, Leute. Let's do it. Acht Sekunden. Wer hat denn da nicht gedrückt, ey? Keine Ahnung. Jetzt haben sie alle gedrückt. Er brannst du wieder. Man hält den ganzen Betrieb auf, Alter. Komm, Leute, jetzt Sumo, ey. Richtige Evolutionsbremse. Gott hat bei dem Feierabend gemacht, als er geboren wurde. Da war Sonntag. Ich bin so wie RTL. Was? Okay, danke für dieses Lifetime-Zitat, bitte. Kannst du bei Facebook in deine Timeline reinhauen. Eben, Alter. Ich bremse die Evolution aus. Okay, Mann. Verdummung. Job spielen. Gegnermodus Sumo. Sumo, was für ein Sumo? Egal. Sumo 5, Alter. Na, warte, ich hab noch einen geileren Sumo. Nein, Sumo 5. Lass mal. Jetzt haben sie Curry böse gemacht, ey. Sumo 5 ist mit Container. Curry ist echt sauer jetzt. Curry, was hältst du von Sumo... Von Sumo 6? Warum machst du denn nicht Sumo 5? Da wäre auch nicht von hier. Nummer 6 ist Flughafen, Curry. Super 6. Auf dem Resi. Auf dem Resi. Was für ein Resi. Restaurant. Keil ist einfach die ganze Zeit in Kreis. Okay. Man ist eine flotte Runde, beziehungsweise zwei flotte Runden. Wie sieht das aus? Warte. Wie ich gepisst hab. Was? Wofür? Das kennt er doch nicht. Ja, klar. Okay, ich hab mich eingeladen. Asitoni. Das geht immer so, ey. Hä? Warte, da ein Opfer hat er... Ja, klar, wir haben Asitoni nie gesehen, was gibt's noch nicht. Ey, mal. Müttergefickte Kinder haben, Alter. Hä, was ist denn jetzt so? Ja, komm doch, nenn doch an, Bronze, du Lutscher. Ja, hab ich doch, ey. Geh, was geht's? Kreis, das sind so viele Leute, ey. Ja, das ist zu viel. Basti, Rackner und Smiley Kusk, die waren nur vier gegen vier Duell. Aber ihr könnt nachher, in der nächsten Folge machen wir nochmal einen Job, da könnt ihr natürlich wieder mitzocken. Könnt ihr natürlich, natürlich wieder mitzocken, zocken, zocken, zocken. Das sind die Jungs, ey, guck mal. Ja, ey. Ja, nein, geht los. Jetzt geht's wieder los. Warum schreibe ich ans Team? Hä? Hä? Tobi hat sich... Es sind vier Teams und Tobi schreibt es einem eigenen Team. Ich hab mich verdrückt, ey. Okay, komm, wir alle Panto nehmen. Nein, nein, nein. Ey, sagt ja... Okay, ich mach's. Ey, jetzt sind wir Team oder was? Panto, komm, dem Panto. Hä? Nein, wieder ein eigenes Team. Was steht denn da unten, Ben, Mann? Junge, du musst ins andere Team. Hä? Ein Spieler benötigen für pinkes Team. Jetzt bin ich reingegangen. Ohhhh. Warte mal, geht ihr doch mal in einen Team und wir gehen in einen Team. Nein, es geht nicht. Die anderen Teams sind ja noch... Äh... Scheiße. Haben wir es jetzt gewählt? Was war das jetzt? Also ich bin jetzt orange hier, ne? Ich bin grün. Ich bin lila. Geil. Ah, passt's doch. Go, ab geht's. Aber alle die gleichen Karre? Alle Panty-Actioner. Ja, Mann. Oh, ja. Oh, Tobi. Wo ist der F, Alter? Das ist traurig, ist der Tobi. Der Tobi wird in das Auto gar nicht reinpassen. Natürlich, klar. Hey, Tobi, was machst du denn, Alter? Nein, nein. Boah, das Ding hat voll das komische Handling. Oh, ist er so in der Zicke gegangen? Alter, ich sitze auf dem Dach. Tobi hat einfach ein 360-Nose-Cope gemacht, Alter. Der wäre jetzt orange, als das Curry, ne? Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Boah. Baby, my dog, dick. Bleib jetzt aber hier. Oh, der Ben steht einfach mit dem Auto in die Wand. Scheiße. Nein, scheiße. Nein. Boah, ich bin auch da. Boah, das war so knapp. Das war so knapp, Ben, Alter. Ich war so hart, aber wieder mit. Boah. Boah, legt mal hier oben. Nein. Oh, legt mal hier oben. Schlick, mein schlabbeli-dabbeli-dabbeli-dick-dick. Klar, da. Boah. Boah. Echt? Das ist für eine Scheiß-Kamera-Perspektive gerade. Ich seh nix. Jetzt. Curry, warte da. Hey, Curry, warte da. Hey, Curry, wo bist du? Oh, boah. Alter. Kann man eigentlich auch explodieren? Ja. Ich schau vor, wie der Curry in einem Auto in echt sitzen würde und sein Kopf kommt oben immer so raus, so weißt du, weil der zu groß ist. Ey, was machst du denn? Guck mal, die pahnen sich. Ja, wer da. Oh, Gott. Boah, Alter, ey. Scheiße, Mann. Das ist scheiß Kette, ey. Aber viel mehr wert als Bon zu sein Honda Civic damals. Boah, Alter, scheiße. Curry, hol den jetzt. Boah. Hol den jetzt, Curry. Komm, jetzt. Aber Curry, nein. Nein. Boah. Also doch. Gute Taktik von Bon zu, ey. Ja, wenn du nicht drauf gehst, ey. Oh mein Gott. Taktik war so geil, Alter. Curry hätt nur einmal näher kommen müssen. Wie muss man das? Voll zannettseln, Alter. Aus der, aus der, Junge. Ich seh nur, wie der da wegfliegt. Ja, das ist das Soundkarte hier. Scheiße. Ja, mit so einem Hitler-Micke, Alter. Ja, das ist geil, ey. Aber... Ben, mach mal so'n richtigen SS, komm. Schreib mal Krieg, so lauf wie du kannst. Krieg. Komm jetzt, ey. Jetzt mach ich fertig, Mann. Jetzt ist Schluss mit Lustig. Komm jetzt. Ich hab jetzt auch keinen Spaß mehr hier. Nee, ist auch kein Spaß mehr. Jetzt ist mal richtig ernst hier. Hey, was macht ihr denn? Hey, yo, Alter, die Orangen haben zwei, Alter. Hä? Hä? Was ist das denn? Das dürfte Mufflord sein, oder? Ja, das ist... Okay, alle auf den Mufflord. Komm, alle auf den Mufflord. Komm, lass den mal runterkicken. Komm, lass den mal wirklich runterkicken. Also nichts gegen Mufflord, aber... Mufflord, Alter! Der muss hier runter, Alter! Boah, der tut mich voll an. Der denkt auch gerade, was hab ich denn getan? Ja, komm, komm, komm! Hör dich doch raus, da! Illegale Einwanderer. Aber nicht uns gegenseitig, okay? Komm, lass mal Bros sein für die zwei Minuten. Nein! Nein! Tschüss! Tschüss, Dennis! Ich wollte eigentlich den Tobi anerkicken. Jetzt, komm! Jetzt! Hau den raus, da! Komm, komm, alle, alle! Das gibt's doch gar nicht! Jawohl! Ja, Mann! Dreck! Nein! Das ist ein Teamwork, Alter! A Roderick! Oh Mann! Das ist das richtige Thema, Alter! Gebeten! Boah! Oh, Tobi! Doch! Ah! Nein! Nein! Das ist doch gar nicht! Ist doch gar nicht! Du fettst immer nicht! Okay, wir gehen alle auf Muffloh, oder? Okay, alle wieder auf Muffi, Alter! Komm! Curry hat bestimmt schon über Steam geschrieben, so, ey, komm in mein Team, Alter! Ja, auf jeden Fall! Ey, Muffi, lass mal zusammen Muffins backen, Alter! Bro, da, ey! Hä? Oh, geil, ey, 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 ey! Aber Sumo 5 war auch nicht schlecht, ey! Ja, Sumo 5 war geil! Das war das mit den Containern, ne? Ja! Und jetzt kommt die... Ja, äh, Leute, also nächstes Mal soll... Also, ich weiß nicht, wenn diese Folge rauskommt, aber da soll eigentlich schon... Ja, da soll eigentlich schon das nächste Update rauskommen, da soll's so eine Art Football-Modus geben, in der Art, hab ich gelesen. So, bist du wie bei Rocket League, oder was? Keine Ahnung, aber ohne Autos, es wurde tatsächlich ein echter Football geleakt. Okay. Krass, also ich hab keine Ahnung, wäre geil, wenn man den durch die Gegend schmeißen könnte, und der jetzt hier an der Säule entlang fährt, ne? Ja. Muffi! 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 Scheiße! Ey, stopp, stopp! Muffi! 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 Muffi!